Hier meldet sich noch einmal die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nachdem Nachbarn nach tagelangem Kindergeschrei die Volkspolizei alarmierten, fanden die Ordnungshüter in einer Wohnung in Lutherstadt-Eisleben einen verwahrlosten, traumatisierten anderthalbjährigen Jungen, welcher lediglich mit einer lila Leggings und gelben Gummistiefeln bekleidet war. Aufgrund der von der Polizei in der Wohnung sichergestellten Beweismittel wird davon ausgegangen, dass sich das Kind in den letzten Tagen ausschließlich von Kondensmilch und Sigidiner Gulasch ernährt hat. Untersuchungen der Polizei ergaben, dass die Eltern des Kleinen vor vier Tagen von einem westdeutschen Eisbären getötet wurden, der kürzlich beim Staatszirkus der DDR Zuflucht gefunden hat. Doch der jahrelange Druck imperialistischer Zirkusmethoden schürte das aggressive und kriegerische Verhalten des Tieres und führte letztendlich zum tragischen Tode des für ihn zuständigen Pfleger-Ehepaares. Durch den hohen Blutalkoholspiegel der Opfer war der Bär stark narkotisiert und konnte vom Staatsschutz überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Der Eisbär wurde heute Morgen der Republik verwiesen.